Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Hier sind wir in unserer Wechselkröten-Ausstellung. 2019 haben wir die eröffnet. Das ist eine Kooperation mit dem NABU, mit der Kölner Stadtentwässerung, mit der TU Braunschweig und dem Zoo, wo wir uns für die Wechselkröte stark machen, engagieren. Das ist eine heimische Kröte, die hier in der Kölner Bucht vorkommt, die leider auch durch Lebensraumzerstörung stark bedroht ist, wo wir verschiedene Maßnahmen machen. Einmal Umweltbildung, das sehen Sie hier, wo sich die Menschen darüber informieren können, über diese heimische Amphibienart. Aber auch durch gezielte Vermehrung. Das heißt, wir gehen im Frühjahr immerhin mit dem NABU Leverkusen-Köln, mit Experten von denen, und sammeln frisch geleichte Kaulquappen ab. Päppeln die hier auf, sorgen für eine kontrollierte Aufzucht, dass wirklich auch viele von diesen Jungtieren groß werden können und bringen sie dann im September, Oktober, je nach Witterung, dann wieder aus. Sodass wir dafür sorgen, dass die Bestände sich sukzessive erholen können. Da sind wir sehr erfolgreich und haben wirklich auch schon viele Tiere wieder zurückführen können, sodass wir zuversichtlich sind, mit starken Partnern hier bald auch wieder stärkere Bestände zu haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Bis zum nächsten Mal.